Musik 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 Sport ist einfach wie ein Schlüssel. Man braucht keine gleiche Sprache zu sprechen. Es ist eine gemeinsame Sprache. Die Menschen mit Kreation im Hintergrund, sie sagen uns immer, dass Sport sehr geholfen hat, Freundschaft zu schließen, auch Menschen zu treffen. Okay, bereit, wir machen Bewegung ohne Fall. Auf geht's. Sport war immer schon in unserer Lieblingsstelle, Lifestyle. Unsere Mutter war eine Tischtennismeisterin und eine einmalige Nationalspielerin. Und sie war unsere Trainerin am Anfang. Und ja, war schön im Surien. Okay, komm. Auf geht's. Sehr gut, Auton. Deine Beine. Der Nachkrieg war schlimmer, weil es dort so schlechte Konflikte gibt. Man ist einfach nicht sicher. Es gibt so viele Probleme, so viele Schlechte. Und dann, wir haben auch mit Sport Stopp. Das war damals so eine schlechte Situation. Wir können nicht nur am Sport denken. Du denkst nur, dass du, du brauchst nur sicher sein, lieben, okay, aber ... Es war eine sehr traurige Nachricht. Einmal, ja, immer sehr traurige Nachricht. So, damals war ... Ja. Mit Sport, ja. Wir können nicht nach dem Sport denken. Ja. Sehr gut. Wir kamen auf den einzigen Weg, der damals möglich war. Wie die meisten Menschen, die nach Deutschland gekommen sind. Das war natürlich nicht so einfach. Das war schwer. Wir haben das aber auch geschafft. Ja. Und wir haben wegen seines guten Rufs im Sportbereich vor Deutschland entschieden. Ja. Auch unser Bruder jetzt, der kommt und er sucht auch, einen Verein zu gehen. Aber er hat so viel zu machen. Er hat Sprache zu lernen. Das gilt jeden Tag fünf Stunden. Danach zu Hause studieren auch. Ja, die Zeit, glaube ich, ist auch schwierig. Sie brauchen ein bisschen Zeit zuerst einzuleben, vielleicht ein bisschen. Und danach, ich glaube, mit den Kindern, sie kommen danach. Ja. Mit den Effekten sind ein bisschen schwierig. Aber auch Kinder, sie sind auch wichtig. Der FC Saabbrücken, unser Verein jetzt, ist eine zweite Familie geworden. Mit allen. Spielerinnen, Spieler, Chef, Trainer, alle. Und sie nennen uns nicht wie eine Suri. Ja, wir wollen das. Ja. Sie haben uns normal. Ja. Sie wollen echt so nett. Auch wenn wir auch sprechen mit so gut Deutsch, aber sie wollen so nett mit uns immer. también, ich hoffe, dass sie einfach unter anderem. Na, auf, auf. Na, 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 auf.